Hey, er ist hier drüben! Mach deinen beschissenen Job und finde ihn! Das ist dein... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Granate! Scheiße! Versucht es hier drüben, Leute! Jetzt kriegst du es mit mir... Da drüben! Er schießt den Arsch endlich! Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken! Los geht's! Du bist tot und merkst es nicht! Der Typ hat sich in die Hose geschissen und ist... Du bist tot und merkst das mal genauer! Ja, mein Gast! Mäh diesen Sack Scheiß um! Ich verschanz mich! Geh doch mal zurück und sieh nach! Der Drecksack gehört mir! Ah! Miriam! Es ist kein Gehirn! Ich habe nicht dann auch an... ...dämmliche Hohrensohn! Ich gehe in Deckung! Gätsel gelöst! Erledigt das Arschloch! Alle Mann in Deckung! Alle Mann in Deckung! Du bist tot, du weißt es nur noch nicht! Ich gehe nach vorn! Scheiße, er ist weg! Ich habe was in Deckung! Meine Scheiße haben wir ihm zu verdanken! Auf geht's! Erledigt die! Geh nochmal zurück und sieh nach! Versucht es hier drüben, Leute! Okay! Suchen wir woanders weiter! Ja! Einen Gast! Da ist der Penner ja! Der Mistkerl hat ja nichts verloren! Sagt zu! Isoliert ihn! Bist du hast! Ach, Sly! Ach, Sly! Ich bin dein Arschloch! Hach, was du, was du? Macho, was du, was du? Ach, ach! Scheiße, ist er abgehauen? Vielleicht findest du ihn ja. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Ich hab dich genau im Visier, du Wichser. Scheiße, ist er abgehauen? Den bist du ihn ja. Versuchen wir es hier drüben. Versuchen wir es hier. Versuchen wir es hier drüben. Tötes Arschloch auf 12 Uhr. Schätze, er hat es mit der Angst bekommen. Geh zurück und schau da drüben nach. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Nach was das war. Wo verstippt er sich? Was ist dir los? Wo verstippt er sich? Wusste ich doch, dass er hier irgendwo steckt. Versuchen wir es hier drüben. Da stehen ihm ja die Haare zu Berge. Er hat einen von uns... Da war jemand. Aber jetzt ist er weg. Gott verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden. Ich werde noch paranoid. Geht. Mehr diesen Sack um! Aha! Das ganze Team! Achtung! Ich will dich hier nicht mehr sehen. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Ich mach das! Oh, Idioten! Schusslinie! Geh zurück und schau da drüben nach! Ich mach das mal. Ich mach das mal. Ich mach das mal ganz gut. Und dann schau ich mich! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Bordell, die Mädchen, sogar du. Ihr alle untersteht jetzt mir, klar? Was immer du sagst, Mann. Was immer du sagst. Kluger Mann.